ich mache mir meine welt wie sie mir gefällt hey pippi langstrumpf und so weiter pippi langstrumpf wusste wie mein leben hat sie doch vor Augen lustig fröhlich immer gut gelaunt und macht ihr ding sie kreiert sich ihre welt ich mache mir meine welt wie sie mir gefällt lebe ich möchte das jetzt aber aus die vorstellungskraft beziehen passen zu manifestieren zur wundervollen schön lebe dein leben leben dein traum sei fröhlich und wie soll denn eine wundervolle schöne lebenswerte neue welt aussehen wie stellen wir uns das vor es ist bei allen mehr oder weniger komplett gleich eine wundervolle lebenswerte welt und genau das wenn du manifestierst wenn wir gemeinsam manifestieren entspannen zur ruhe kommen sich das bildlich vorstellen sich selber daran sehen kannst du mir vorstellen beim manifestieren diese wundervolle welt ich möchte einfach ein paar den anregungen geben was mir wichtig ist und den meisten auch und dir hoffentlich auch pure natur die natur blüht wieder auf alles ist bio natürlich biologisch die menschen sind glücklich frei lächeln liebespaare die menschen lieben sie sie tanzen sie singen sie lachen einzige freude die menschen in den restaurants die bärchen schauen sich an lächeln verliebt reden miteinander wertschätzung menschen achten respektieren wertschätzen die natur die tiere die anderen menschen die tiere und die menschen sind frei dürfen einfach nur leben und sein ich sehe immer wenn ich manifestiere die glücklichen menschen die liebespaare und lauter freie tiere und wenn ein mensch was ist ach guck mal da ihr kätzle ich hab hier gerade was was ich was kannst du was von abknappern vorausgesetzt wird kattengerecht alles ist frei die menschen in meinem vorsteller leben alle in kleinen häusern oder hüten jeder hat ein eigenes ja ob es eigen ist nutzbares sagen wir es mal so grundstück wo er selber anbaut es ist eine einzige gemeinschaft und ein austausch da überall sind obstbäume und jeder kann sich selber bedienen oh ich habe hunger einen apfelsack fertig draußen sind so austauschkästen ich habe jetzt so eine riesige apfelernte ich stelle meine äpfel nach draußen jeder kann sich frei bedienen jemand anders stellt was dazu weil der birnen ganz viel hat und jeder kann sich bedienen ist ein ganz anderes denken seine gemeinsamkeit ist einfach nur fröhlichkeit und die pure wundervolle natur und was man wundervoll manifestieren kann was auch dazu kommt ist ein wunderschöner blauer himmel die sonne scheint und immer mal wieder wichtig für die natur regnet es zauberhaftes köstliches gutes regenwasser nacht sieht man einen klaren wundervollen sternenhemmel eine wundervolle lebenswerte welt freiheit freiheit zusammen kollektiv wichtig beim manifestieren ist positiven Sachen zu sehen also nicht das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr und das will ich nicht mehr wer in dem thema ist weiß das das universum entscheidet nicht erkennt das wort nicht nicht sondern es erkennt das wort dass du sagst ja als beispiel wenn du sagst ich will keinen krieg mehr erkennt das universum krieg und unbewusst manifestierst du krieg also positive formulierung ich sehe frieden so viel liebe nur das positive köstliches wasser wasser trinkbar aus dem wasser aus brunnen die überall sind köstlich gesund rein jeder macht das wo er Lust hat und liebt der welt der menschheit den tieren der natur freiwillig etwas tolles weil er liebt was er tut ja also jeder lebt praktisch seine berufung und da jeder automatisch was anderes macht funktioniert das nur noch kleine ladengeschäfte einzelne in den restaurants sehe ich immer wie sie überall Ballade verkaufen ich sehe ganz viele Rohkost-Restaurants zum beispiel kleidungsgeschäfte haben natürliche klamotten wo ich sehe riesige Hanffelder Hanf für alles benutzt Kleidung und ihr wisst schon und so viel überall ist automatisch natürlichkeit und permakultur und durch diese natürlichkeit zurück zur natur funktioniert das alles alles regelt sich von selber überall sind schmetterlinge libellen bienen die bestäuben vögel freie tiere ohne ende katzen hunde pferde esel was weiß ich hühner alles harmonisch liebevoll und wenn jemand hilfe braucht mensch oder tier sofort liebevoll kümmern sich die Menschen senden miteinander wundervoll lebenswert ich mache mir meine will wie sie mir im innen angefangen bei mir selber in meinem persönlichen leben in meiner persönlichkeit in dem was ich selber umsetze vegan rohkost mit meinen katzen in der natur biologisch jetzt mache mit von kleinen bis bis die die